Beim letzten Mal von Uncharted 3. Hopp! Komm her, du kleiner Bastard! Was ist mich los? Das ist, äh, er hat ein Kind angefasst, er hat ein Kind angefasst, ich hab's genau gesehen, Anzeige. Und nun geht's weiter. Willkommen wieder bei Uncharted 3, danke, dass du wieder eingeschalten hast hier und wieder dabei bist und zusiehst, wie die Abenteuer von Nats und Drek hier bestehen, ne? Ich seh da grad, das ist ein Geheimnis, das will ich noch mitnehmen. Äh, ich würd gerne da rüber. Darf ich das nicht? Jetzt darf ich das, jetzt darf ich das. Okay. Ja, du sollst da runter. Ja, danke. Willkommen wieder bei Uncharted 3, danke wieder für das Feedback und für die Däumchen nach oben unter der letzten Folge. Ah, ihr seid die Besten, Mann. Das kann ich nur immer wieder sagen und... Ratte. Und ich freu mich sehr, dass es echt noch ein paar Menschen gibt, die einfach Bock haben auf Story-LPs auf meinem Kanal. Ich vermisse so ein bisschen, ne? Was ich schade finde ist... Dass ich viele... Ja, gut, 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 gut. Dass ich viele gute Spiele leider schon gespielt habe. Ich wünschte, manchmal wünschte ich mir, ohne Witz jetzt, dass ich Last of Us noch nicht gespielt habe. Habe ich auf meinem Kanal aber zum Beispiel schon gespielt. Ich finde immer, die sind so leise beim Reden, ne? Ein Nachteil bei Story-Spielen ist es, man muss irgendwie versuchen, das so einzustellen, dass man mich hört. Ähm, aber auch das Spiel. Aber das Spiel ist unterschiedlich laut. Jetzt zum Beispiel in solchen Momenten ist es halt ziemlich ruhig und leise. Und dann gibt es Momente, da ist so krasse Action, dann ist es so laut, dass man mich kaum noch versteht. Und das ist einfach schwierig zu timen, finde ich. Aber ich gebe mein Bestes. Wobei ich jetzt eben genau... Ich wünsche, ich hätte so Spiele wie Last of Us nie gespielt auf meinem Kanal, ne? Einfach damit ich sie nochmal spielen kann. Mit euch teilen kann. Ich habe zum Beispiel Last of Us für PS3 damals gespielt gehabt. Ja, sowas wie ein Tor. Da ist kaputter Strom. Und Remastered für PS4 habe ich auch gespielt. Was mich daran aber stört. Ich hatte damals, wo ich das Let's Played habe, nicht die Qualität, die ich heute habe. In guter 1080p HD-Qualität mit 60 FPS. Hatte ich damals nicht. Damals gab es nämlich sogar noch nicht mal 60 FPS auf YouTube. Und das ist eine Sache, die ärgert mich tatsächlich. Bist du bereit? Weil gerade sowas wie Last of Us, das ist so ein gutes Spiel. Oh Gott. Pass dir auf. Nicht runterfallen jetzt. Okay, da sind wir dabei. Wie viele Ratten hier sind. Warum ist hier so eine Abzweigung? Hier runter. Wo gehen wir jetzt? Schau wieder hin. Da runter. Aber was ist denn da? Ist hier vielleicht noch was zum Sammeln? Nee. Muss man immer mal gucken, ne? Man muss ja immer schauen, ist hier noch was zu looten, zum Leveln, ne? Ach, Mann. Was zur Hölle haben die hier gemacht? Was ist das für ein Tunnel? Was zur Hölle? Charlie, wer zum Teufel sind diese Leute? London Underground, so. Oh Mann, wir kommen immer weiter und immer... Komischer wird das hier. Was ist das nur für ein Untergrund? Wo verstecken die sich? Oh, nein. Aber da müssen wir durch. Das sieht aus wie eine Ausgrabungsstätte. Ach Mann, dass ich da hoch muss, ist ja wohl klar. Ähm. Kannst du dich nicht da festhalten an den Noppen hier? Äh. Anscheinend nicht. Ich muss zum Gegengewicht. Kann ich da einfach ran klettern hier? Nö, nein, okay. Ah, hier ist eine Leiter. Habe ich natürlich direkt gesehen. Ich wollte nur sehen, ob ihr aufpasst. Ob ihr auch hier zuseht und direkt schreibt, Alter, bist du doof? Da war doch... Da war eine Leiter und du hast sie nicht direkt gesehen. Ich glaube, ich muss dich deabonnieren. Genau so was Böses würdet ihr schreiben. Fast geschafft. Ach, wir sind da. Wenn du da mal hingehen würdest. So, jetzt. Das sollte klappen. Ja, lass dir Zeit. Ah, wir müssen jetzt hier oben weiter. Ich sehe schon mich hier runterfallen. Sagte ich und falle hinunter. Ah, ha, ha, ha. Wo sind wir denn hier gelandet? Na, das frage ich mich aber auch. Rüber? Ja, easy. Oh, shit. Runter. Das sieht halt echt aus wie so eine alte Ausgrabungsstätte hier, ne? Drücke X, um hochzuklettern. Ah, ich würde ja meinen Freunden da unten helfen, ne? Nur mal so. Ich glaube, die haben sie umgebracht. Da ist, glaube ich, ein Auto, ne? Wir scheinen hier sehr richtig zu sein. Ach, da auf den Leuchter. Oh, ja. Vielleicht da auch rum. Ja, okay. Warte, warte, jetzt. Okay. Okay. Und rum, und rum, und rum. Und jetzt. Ich muss das Timing abwarten. Sonst ist man ganz schnell tot, Leute. Ah, die können wir runter. Ja, perfekt. Ich habe ein Auge mittlerweile dafür. Wo habe ich denn meine Waffe? Egal. Egal. Schlaf gut. Habe ich keine Waffe mehr? Wo ist denn meine verdammte Waffe hin? Wir brauchen die Schalldämpfer. Wir brauchen die Schalldämpfer. Wir brauchen... Ich kann meine Waffe nicht mehr ziehen. Wir brauchen die Schalldämpfer. Der ist mir auf dem Sack. Ich gehe weiter. Verdammt. Wo sind wir denn hier gelandet? Aber das sieht aus wie ein Auto von ihr. Ist die mit dem auch weggefahren? Das ist aber ein komischer Bahnhof, ne? Dass der hier so unter Tage ist. Aber die müssen doch hier noch irgendwas suchen. Das ist ja auch uralt. Bam! Ich habe gegen die Luft gekämpft. Ah! Böse Luft! Das sieht jetzt mittlerweile aus wie eine Kathedrale. Was alles so im Untergrund von London ist, ne? Das sollte man mal besser erkunden, ne? Ich finde es hier ganz schön crazy Zeug. Unter Tage. Oh, das sieht aus wie eine uralte Sammlung von Sachen. Nein, 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 nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Kata. Aha. Auf die Posten, Männer. Und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Okay, dann wollen wir mal ans Eingemachte. Butz. Einfach auf ihn drauf gelandet. Okay, ich kann auch Angriffe von oben machen. Ah, okay. Ich stelle jetzt noch ein bisschen was dazu. Das ist schön. Das ist schön. Dass man auch alles so ein bisschen Secret machen kann. Haben die alle fertig gemacht? Crazy. Die haben einfach alle fertig gemacht. War hier nicht eben im Dreieck? Jetzt. Ich trottel. Seht euch den ganzen Kram an. Hey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Ja. Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Das ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, ja, ja. Ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset. Genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, Sie. Sie. Die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding. Darauf hast du 20 Jahre gewartet. Ja. Okay. Na, dann los. L-O-H-D-N Was denn? Oh, es heißt Long Hidden. Was? Shh. Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfall war ein verdammtes Arschloch. Halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff? Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Ja, nicht leichter als das mit diesem riesigen Raum, aber... Diese Spinne ist ja mal richtig eklig. Sie muss hier sein. Na, sie könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Was? Buckland Abbey. Ein Ort, an dem du noch nie warst. Weiter. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz seines Schiffs gemacht ist. Vielleicht ist sie da drin. Ja, sie könnte eigentlich, aber... Nein. Nein, sie muss hier sein. Okay, wir müssen irgendwas hier finden, oder was? Vielleicht das hier, was hier so schön leuchtet? Nein. Das ist der Wahnsinn. Das Zeug hier muss ein Vermögen wert sein. Nate, wir können hier nicht rumspazieren. Sie sind gleich zurück. Ich such doch. Aber ich muss hier irgendwas finden, was jetzt passt, ne? Was will der denn dann dort, dass ich mein Buch öffne? Was ist das denn? Der hat alle gezeichnet. Das war doch damals, das war doch... Gute Zeiten, kleine Zeiten. Aber was soll ich denn jetzt genau finden nochmal? Ich bringe gerade ein bisschen... Leuchtende Bücher, Schriftrollen, irgendein Ding. Ich suche einen Hinweis, einen Hinweis. Ich kann hier drauf rumklettern. Aber warum sollte ich das machen? Was bringt mir das? Ah! Ich habe einen Schatz gefunden. Ja, das ist alles geplant. Ich wollte das ja finden. Ich wusste natürlich, dass das da ist. So. Also, was soll ich jetzt nochmal finden? Warum sagt der andere nicht, soll ich mein Buch öffnen? Das bringt mir doch gar nichts. Das sagt mir doch null. Die hören aber, ihr seht jetzt erst. Ja, das ist das tolle Anagramm. Das habe ich verstanden. Da komme ich aber auch nicht mit weiter. Mann! Nach oben komme ich nicht, ne? Da waren ja auch Sachen. Aber was haben die hier alles für Sachen hier? Guckt euch das mal an. Irgendwelche kleinen Kinder oder so. Warum sammelt man sowas? Also, ich finde das irgendwie komisch. Komisches. Was ist das da oben für eine Statue? Die leuchtet so schön. Oh, hier sind Schwerter. Ja, könnten eigentlich zu Arabien passen. Aber, hm. Bin ich hier richtig? Oh Gott. Ich habe gerade hier so schön gesucht. Ja? Oh Gott. Und ich dachte, ich wäre da... Oh, da bin ich richtig. Okay. Karte, Karte. Ich habe nämlich im Tagebuch... Oh Gott, keine Bunni mehr. Los, los, los! Ich habe nämlich im Tagebuch von... Ah! Oh gut. Bunni, Bunni, Bunni. Kann ich das nochmal nachgucken? Kann ich das Tagebuch gerade nochmal spontan öffnen für euch? Um euch das zu zeigen? Worauf ich jetzt gekommen bin? Ne, kann ich nicht. Da war eine Zeichnung von einem Bambi. Von so einem... Ne? Von dem da. Eine Zeichnung. Und da habe ich da hingeklettert. Und das war richtig. Gut, habe ich ein bisschen länger gesucht, um das zu verstehen. Aber ich habe das Rätsel dann am Ende doch verschwunden. Na, zum Glück bin ich... Na, zum Glück bin ich Profi mit Controller. Wie Montana Blackman. Nein, Spaß. Na, noch haben wir ein Handy. Kämme, bitte... Du sollst in Deckung gehen. Na, geh halt nicht in Deckung. Oh, dieses Licht. Ah, komm, komm, komm. Ah, verdammt. Ich komme gerade nicht an den Rand. Oh! Du Typi da hinten. Geht doch. Ne, die. Mann, 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 Mann. Das war wieder knapp. Kann ich sein, den Maschinengewehr mitnehmen? Oh, ja. Oh, ja. Okay, okay. Jetzt haben wir schon mal ein Maschinengewehr. Immerhin. So, die Karte haben wir... Die trifft ja gar nicht, die Waffe. Also, so gut wie gar nicht. Ja, ich muss nachladen. Oh, Leute, wo kommst du denn her? Okay, so im Nachkampf ist mir natürlich ganz gut. Aber auf Distanz waren wir jetzt der Mock. Wo kommen die denn jetzt alle her, hier? Da ist noch irgendwo einer gewesen. Na ja, da dahinter. Still alive. Alles gut, Leute. Alles geplant. Hat der noch einen Muni gehabt? Nee, nur die paar Schuss. Na gut, komm, lad dich mal durch. Oh, das ging ja ganz gut. Oh Gott, der hat irgendwie... Da ist irgendwie mit einem Snipergewehr oder so, ne? Hoho, guter Eddie. Die sind abgehauen, glaube ich. Okay, lauf jetzt los. Lauf. Lauf. Na ja, noch einmal reingeschossen. Nimm mit, nimm mit den Muni. Okay, okay. Lad durch. Im engen Gang ist, glaube ich, die AK besser, ne? Diese kleine AK hier. Okay, muss ich mir auch merken. Das geht auch. Komm, nimm mit. Er ist schon tot, okay. Oh, ich hab ne Schro... Ich nehm die Schroflinte mal mit. Ich hab richtig Bock. Auf so ne Schroflinte? Ich hab richtig Bock. Kann man im Nahkampf auch sehr viel mitmachen. Okay, wir haben schon mal den nächsten Hinweis. Wir haben die Karte. So, da sind hier noch mehr böse, dicke. Oh ja. Oh, kacke. Oh Gott, ich hab Angst vor den Snipern. Okay, die hauen immer ab. Wenn man alle gekillt hat, dann rennen die einfach weg. Und denken sich dann so, ja, nö, ich bin draußen. Ich lass die hier sterben, ne? Passt schon. Oh, da steht da sogar. Hast du's abgelesen, oder wusstest du das? Oh, da ist ja einer vor mir. Schnell wieder Waffe tauschen. Oh, jetzt haben wir aber gut Schuss damit, ne? Kann man schon mal ab. Alter. Ich komm um die Ecke. Und dann steht da einer mit einer Pumpkerne und gibt mir so einen One-Hit. Okay. Einen Schuss hab ich noch. So. Diesmal aber vorsichtig, der jetzt hier. Der hat mich einfach mit der Pumpkin geone-hitted, Mann. Der stand da einfach um die Ecke. Ich bin voll weggeflogen. Los, weg mit euch. So, unser Taxi wartet draußen schon, wenn ich das nicht bekommen hab. Komm, 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 komm. Ich hab dich gesehen. Komm um die Ecke hervor. Oh, ich muss nachladen. Achso, der hat ne ewig lange Sterbeanimation gehabt, oder was? Hier oben, schnell! 100 Jahre später. Äh, noch um am zusammenknicken. Ja, ah, ah. Ah. Hahaha. Was wollt ihr da hinter uns? Dann ruhig abhauen. Scheiße. Scheiße. Wie verdammte Ratten. Zurück, zurück. Los, da los. Los, 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 los. Da kommen noch welche. Ich halte sie auf. Und jetzt los. Weiter, 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 weiter. Scheiße. Wie ist denn da los? Los, rein! Und da sagt der Kerl, Bohnen und Speck. Oh, verdammt. Hoffentlich halten sie die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh, ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht sechs Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee. Einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig wehrliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also, was John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat? Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wär dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert. Vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rup-Al-Kadi-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlow danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry. Was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich mein, Drake wusste nur die eine Hälfte. Und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlow weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rup-Al-Kadi-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außen rum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht zabeisch aus. Genau. Die Kreuzritter haben vor tausend Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur zwei mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr zwei geht nach Syrien. Wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Hm. Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung. Wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat. Ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's. Bin dabei. Wie hast du bloß diesen Gestank ertragen. Man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch nen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Nun los. Ja. Ist nicht weit? Bei dir weiß man nie, was das heißt. Eine Meile oder 20. Das Schloss. Und damit machen wir weiter. In der nächsten Folge. Wirfst du mir das etwa immer noch vor? Ich war 15, Sully. Als ich dich traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich rausgeholt. So wie jedes Mal. So jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Gerne Kommentare. Wer tut da lassen? Bis dann und ciao. Ciao. Oh-oh-oh. Bis zum nächsten Mal.